Einzelschussadapter für die FX Streamline und weil man bei schwarz auf schwarz kaum was sieht, habe ich auch wieder Muster in einer anderen Farbe wie in meinen Videos. Es gibt aber nur die schwarzen zu kaufen, keine Sorge. Normale und ich glaube das aktuell größte was ich so an Slug gefunden habe, geht da natürlich alles rein, so breit wie der gesamte Schachsitz ist. Das ganze auch wieder als rechts und als links Lader, was hier nicht so schwer ist, da der Spannhebel ja schön offen stehen bleibt. Anders als bei den AEAs, aber je nach Geschmack kann man bestellen was man möchte. Hier an der aktuell Taktik Version beide sind von der Spannhebelseite einzusetzen und schließen dann auf der Seite bündig ab und sind von der anderen Seite jeweils zu beladen. Man kommt noch sehr gut mit dem Finger rein. Auch hier sehr einfach. Er ist wirklich ziemlich groß und füllt den gesamten Bereich so ziemlich aus. Das ganze natürlich auch für rechts laden. Falsch rum. Diese Nut die da drin ist muss natürlich nach vorne stehen. Einmal gedreht. Dann kann man natürlich auch falsch rum, aber geht auch von der Seite. Und wenn dann geladen ist, ich möchte jetzt hier keinen Schuss abgeben, einfach schließen, fertig. In schwarz sieht das ganze dann wie folgt aus. Und natürlich auf der anderen Seite genauso. Ab heute in meinem Shop. Link in der Videobeschreibung. In der Videobeschreibung. Dann w Sasha hacer mal.